Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Graz. Mein Name ist Stefan Brettenhofer, ich bin KioCard Manager und darf Sie im Namen der Firma NTS recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Next-Gen Security begrüßen. IT-Sicherheit in einer modernen Netzwerkumgebung hat viele Facetten. In diesem Webinar möchten wir drei Top-Themen und Kundenanforderungen aufgreifen und mit Lösungsansätzen unserer Partner Cisco, Fortinet und Palo Alto erläutern. Was erwartet Sie in den nächsten rund 60 Minuten? Nach einer kurzen Einleitung wird mein Kollege Christoph Seidel das Thema Segmentierung vorstellen. Georg Laziner spricht über SD-WAN und Udo Brandl stellt SASE oder SASE vor. Nach einer Conclusio gibt es noch die Möglichkeit in einer Q&A-Session die Fragen, die Sie während der Präsentationen über den Chat stellen können, zu erläutern und zu besprechen. In diesem Sinne möchte ich dem heutigen Webinar nicht länger im Wege stehen und möchte Christoph Seidel auf die Bühne bitten. Danke. Danke Stefan für die Einleitung. Auch von mir recht herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Seidel und ich habe nun die Aufgabe, kurz das Thema noch einmal einzuleiten und dann mit Ihnen über das Thema Segmentierung zu sprechen. Was haben wir uns bei der Vorbereitung des Webinars gedacht? Wir haben uns zusammengesetzt und einmal kurz überlegt aus Netzwerk-Security-Sicht, was sind meistens die Themen, die wir im Pre-Sales bei unseren Kunden ansprechen bzw. was sind die Themen, die Top 3 Themen mehr oder weniger, mit denen die Kunden zu uns kommen. Wir haben da für uns identifiziert das Thema SASE, SASE, also Secure Access Service Edge, was dann mein Kollege Udo Brandl vorstellen wird. Das Thema SD-WAN ist natürlich immer brandheiß, bei vielen Kunden ein top gefragtes Thema und natürlich nichtsdestotrotz fast schon ein bisschen ein Dauerbrenner, aber aufgrund, ich sage jetzt einmal NIS und DORA, immer wiederkehrendes Thema, das Thema rund um die Netzwerksegmentierung. Wir haben da im Prinzip bei diesen drei Themen jetzt einen Hersteller darunter geschrieben. Was haben wir uns dabei gedacht? Wie Sie natürlich wissen, gibt es in der IT für viele Lösungen, auch für viele Probleme von jedem Hersteller unterschiedliche Lösungen. Jeder Hersteller an sich hat natürlich in gewissen Bereichen seine Vorteile und seine Stärken. Deswegen sind wir so verblieben, dass wir uns heute im Prinzip das Thema SASE mit Palo Alto, sprich Prisma Access ansehen werden. Das Thema rund um SD-WAN mit Fortinet und das Thema Segmentierung, im Speziellen dann das Thema Microsegmentation mit Cisco. Wichtige Message vorab, es soll jetzt nicht bedeuten oder soll jetzt nicht eine Botschaft von der NTS sein, dass eines dieser drei Themen nur mit dem jeweiligen Hersteller umgesetzt werden kann, weil es natürlich, wie so oft in der IT, von der bestehenden Install-Base, von den Anforderungen des Kunden und natürlich auch von den Vorlieben des Kunden abhängt. Was bedeuten soll, dass natürlich alle drei Hersteller im Prinzip die Themen SD-WAN, Segmentierung und auch SASE adressieren. Und wie gesagt, es oft davon abhängt, situationsbedingt, welche Lösung von welchen Hersteller am meisten Sinn macht. Gut, gehen wir über zur Segmentierung. Ich habe hier bewusst noch in Klammer hingeschrieben Campus-Segmentierung, weil das Thema Segmentierung beschränkt sich ja natürlich nicht nur auf das Campus-Netz, sondern wie Sie natürlich wissen, ist Segmentierung auch im Data Center. Data Center Segmentation ein Thema. Im heutigen Vortrag möchte ich aber speziell das Thema Campus-Segmentierung adressieren und wie man, sage ich jetzt einmal klassisch, über eine Segmentierung mit einer Firewall hinaus das Thema Microsegmentation umgesetzt mit Cisco Trust Tech perfekt abrunden und erweitern kann. Ich beginne mit hier mit einem Bild IoT Everywhere. Was ist damit gemeint? Ich glaube, wenn Sie sich dieses Bild ansehen, wird jeder von Ihnen sich mehr oder weniger abgeholt fühlen. Im Sinne von, Sie sehen bei Ihnen im Netzwerk, in Ihrer IT-Landschaft nicht mehr nur die klassischen Laptops, PCs, IP, Telefone und Drucker, sondern in einem modernen Netzwerk, wie es zum Beispiel in einem Bürokomplex üblich ist, hat man viele Sachen im Bereich Haustechnik, Hausautomatisierung, Sensoren, Heizungssteuerung, Multimediatechnik beziehungsweise auch darüber hinaus gibt es oft Operational Technology und so weiter und es gibt eigentlich fast kein Ding mehr, wenn man es so nennen kann, dass nicht in irgendeiner Form eine IP-Schnittstelle hat und über unser Netzwerk oder eben über IP kommunizieren möchte. Die Herausforderung dabei ist, speziell wenn man sich in dem Bild die Seite einverleibt, wo Sensoren, Kamera, Spielekonsolen und so weiter, Multimediatechnik drauf ist, hat man halt oft als IT-Administrator oder als IT-Security-Administrator das Problem, das sind meistens Blackboxen, sind oft von fremden Firmen verwaltet. Sprich, auf was ich hinaus will, ist, Systeme, die wir selbst nicht wirklich gut im Griff haben, nicht verwalten können. Was wir aber tun können, das stellt eben bei diesem Bild die Firewall im Zentrum. Wir können mit Segmentierungslösungen wie zum Beispiel einer Firewall versuchen, diese Dinge in unser Netzwerk so zu integrieren, dass sie A, nur das machen, was sie sollen und dass sie auch nur dementsprechend erreichbar gemacht werden, damit ich das zumindest, wenn ich das System selbst nicht kontrollieren kann, zumindest den Datenfluss dieser Geräte kontrollieren kann. Und was ich natürlich auch damit erreiche, dass ich alle Geräte, die ich mehr oder weniger selbst in meiner Herrschaft habe, relativ gut von diesen Blackbox-Systemen oder Fremdsystemen schützen kann. Das bringt mich im Vergleich zur nächsten Folie, die Motivation hinter der Segmentierung. Ich gehe da kurz drüber. Schadenskontrolle und Begrenzung im Falle eines Vorfalls. Was ist damit gemeint? Naja, wenn Sie darüber nachdenken, dass wir unser Netzwerk segmentieren. Segmentieren bedeutet im Prinzip unterschiedliche Geräte oder nennen wir es eher Geräteklassen in Firewall-Zonen aufteilen. Was ich damit erreiche, ist im Prinzip, dass ich sofern es in einer Zone, in einer Geräteklasse eben vielleicht zum Beispiel im Haustechnik-Bereich einen Vorfall gibt, kann ich eben mit einer Firewall relativ gut diesen Bereich, sage ich jetzt einmal, abkapseln und abschotten. Verbesserte Zugriffskontrolle für die externe und interne Netzwerksicherheit. Natürlich, wenn ich wiederum Segmente baue, diese Segmente mit einer Firewall verbinde, bin ich selbst dafür verantwortlich, welche Datenflüsse ich über die Firewall für interne und externe Systeme im Prinzip freischalten. Gleichzeitig Verringerung der Angriffsfläche. Was bedeutet das? Das ist, sage ich mal, eines der Hauptargumente zum Thema Segmentierung. Wenn ich für ein gewisses Gerät nur die Dienste und Services freischalte, die dieses Gerät nutzt, verringere ich automatisch damit die Angriffsfläche und durch die Segmentierung eben wiederum schütze ich dadurch andere Geräte. Netzwerküberwachung, Netzwerkvisibilität, bessere Analyse. Wenn Sie darüber nachdenken, wenn ich meine Datenflüsse über eine Firewall führe, Stichwort Firewall-Logs, Stichwort NetFlow-Export etc. habe ich natürlich im Prinzip nicht nur die Datenflüsse unter Kontrolle, ich kann sie dementsprechend gut analysieren und überwachen. Und zu guter Letzt habe ich eh schon auf der ersten Folie erwähnt, Schutz von Endgeräten besonders wichtig bei der zunehmenden Verbreitung von IoT-Geräten. Das heißt, wir schauen im Prinzip, dass man mehr oder weniger, sage ich jetzt einmal, die Fremdgeräte, nicht von mir selbst verwalteten Geräte von den mir verwalteten Geräten schütze. Wir gehen dann noch eine Evolutionsstufe weiter, Stichwort Zero Trust, wo ich im Prinzip versuche wirklich alles so gut wie möglich einzuschränken, aber dazu später. Segmentierung. Jeder versteht unter dem Wort Segmentierung ein bisschen etwas anderes. Jeder Hersteller interpretiert Segmentierung etwas anders. Das Problem meiner Meinung nach ist, Segmentierung ist kein Standard. Es gibt keinen RFC, was auch immer, wo das Thema Segmentierung standardisiert erläutert ist. Jeder Hersteller, jeder Partner kommt natürlich mit Best Practices, aber meiner Meinung nach kann man das Thema Segmentierung runterbrechen auf das Thema Network beziehungsweise Macrosegmentation und eben dann das Thema Microsegmentation. Ich habe ja kurz im Internet ein paar Statements gefunden, die ich mit Ihnen durchgehen möchte, die meiner Meinung nach das Thema sehr gut adressieren und klären. Network Segmentation involves breaking the corporate network into zones. Any traffic attempting to cross the boundary between zones must undergo inspection by a next-generation firewall. Das heißt, wie anfänglich auf dem Bild, wenn Sie sich erinnern, geht es darum, die Grundidee der Segmentierung ist im Prinzip Zonen zu bilden. Was bedeutet Zone? Zone ist im Prinzip so, dass ich sage, ich nehme eine Geräteklasse oder kopiere Geräte, die ähnliche Geräteklasse-Eigenschaften haben, die unterschiedliches Trust-Level haben und packe sie in eine Firewall-Zone. Nennen wir es von mir als VLAN- oder IP-Adressenbereich, das im Prinzip über eine Firewall abgeschottet ist. Wenn ich jetzt natürlich zwischen Zonen kommuniziere, haben wir vorher gesehen, ist die Firewall im Mittpunkt. Und hier steht speziell eben auch in dem Statement drinnen, Attempting to cross the boundary between zones must undergo inspection by a next-generation firewall. Was bedeutet, dass wir eben nicht nur auf der Firewall unsere Freischaltung haben, sondern auch bei der internen Campus-Segmentierung auch auf next-generation firewall-Features setzen sollen. Später noch mehr dazu. Nächster Statement. Macro-Segmentation provides high-level control over traffic moving between various areas of an organizational network, while micro-Segmentation offers more granular network visibility and the ability to effectively enforce zero trust. Was ist in diesem Statement wichtig? Also Macro-Segmentierung, Netzwerk-Segmentierung würde ich jetzt selbst interpretieren, ist mehr oder weniger das Gleiche. In dem Statement verwendet man halt nicht das Wort Zones, sondern various areas of an organization. Also es geht wieder darum, dass ich mein Netzwerk, mein Organisationsnetzwerk hier in Areas aufteile, die ich dementsprechend wieder mit einer Firewall miteinander verbinde und so gegenseitig schützen kann. Hier wird auch schon das Wort Micro-Segmentation erwähnt, wo es im Prinzip darum geht, dass ich einen Schritt weitergehe und auch, sage ich mal, das Thema beleuchte, was passiert in einer Zone hinter meiner Firewall. Wenn Sie sich, wenn Sie darüber nachdenken, eine Firewall ist ein Routed Hop. Das heißt, mit einer Firewall kann ich nur Traffic behandeln, schützen, der über die Firewall fließt. Ich habe natürlich immer innerhalb einer Zone, einer Area genauso Querverkehr. Das heißt, das ist Traffic, den ich schwer über eine Routed Firewall führen kann. Der Traffic wird nie auf der Firewall aufschlagen. Das heißt, für diesen Traffic bin ich eigentlich blind. Das heißt, wir brauchen zusätzlich zur Firewall, mit der ich eben Network und Macro-Segmentation umsetzen kann, eine weitere Technologie namens Micro-Segmentation, mit der ich dann in Richtung Zero Trust gehen kann. Letztes Statement. Micro-Segmentation takes this a step further. Placing each device or even each application with its own Segment. Ein bisschen gefährliches Statement meiner Meinung nach, weil Sie das Wort Segment verwenden. Jeder Netzwerk-Administrator, jeder IT-Administrator denkt bei Segment, sage ich jetzt mal automatisch, immer an WLAN. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, jedes Gerät in ein eigenes WLAN zu packen, damit ich es voneinander schützen kann, werden Sie sich selbst denken, okay, das ist ziemlich aufwendig, ich brauche einen Haufen WLANs, eine Biodressplanung etc. Aber die Grundidee ist schon richtig, Micro-Segmentation ist eben die Technologie, dass ich eben Geräte über Firewall-Grenzen hinaus im Prinzip wirklich auf die Least-Privileges, die sie benötigen, einschränken kann. Deswegen Zero Trust. Zero Trust, im Prinzip auch ein heißes Thema unserer Hersteller. Jeder Hersteller, gleich wie Segmentierung per se, interpretiert das Thema Zero Trust anders oder ähnlich, sagen wir es so. Auch hier, es gibt eigentlich keinen wirklichen Standard zu Zero Trust. Jeder interpretiert es ein bisschen anders. Aber Sie sehen hier auf dem Bild, im Wesentlichen gibt es bei Zero Trust, um Zero Trust umzusetzen, unterschiedliche Bausteine. Wichtig für Sie ist zu wissen, wenn Sie sich auf die Zero Trust-Reise bewegen, werden Sie sich unweigerlich mit dem Thema Netzwerksegmentierung beschäftigen müssen, weil Network-Segmentation im Prinzip ein Teil von Zero Trust ist. Hier auch ein Statement, die Netzwerksegmentierung kann Ihre allgemeine Sicherheitsstrategie verbessern, indem Sie die Zugriffsrechte auf diejenigen beschränken, die Sie benötigen. Das heißt, es geht schon Richtung Zero Trust, ist eine Kernaussage von Zero Trust, wo wir im Prinzip das Konzept des Least-Privileges, Nothing-Is-Trusted umsetzen. So, jetzt nochmal kurz zusammengefasst alles, was ich bis jetzt erwähnt habe. Das heißt, Makronet-Segmentation, Network-Segmentation. Wir filetieren unser Netzwerk, wir segmentieren es mit sogenannten Zonen. Ich habe hier jetzt eine High-Level-Grafik, wo wir die Firewall im Fokus haben und eben rund um die Firewall die unterschiedlichen Zonen abbilden. Das ist jetzt kein detailliertes Netzwerkdiagramm, sprich, wie man das jetzt IP und WLAN technisch richtig umsetzt. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass Sie eine Idee bekommen, was ich mit Inter-Risk-Zone-Kontrolle meine. Wir gruppieren unsere IoT-Geräte, wir gruppieren unsere Building-Services, Haustechnik-Geräte, unsere OT-Production Manufacturing-Devices. In Zonen können aus einem WLAN mehrere WLANs unterschiedlichen Routing-Tabellen, IP-Netzen bestehen. Wichtig ist im Prinzip, dass immer beim Zonenübergang, wenn ich zum Beispiel vom Campus-Netzwerk, von Beispiel der Administrator für meine Haustechnik auf seine Haustechnik-Geräte, Klimasteuerung, Heizungssteuerung, whatever zugreifen muss, ist im Prinzip wichtig, dass dieser Flow über eine Firewall geht. Einerseits, weil die Firewall bestimmt, ob er quasi von seinem Notebook aus seine Heizungsgeräte oder Haustechnik-Geräte bedienen darf. Aber umso wichtiger neben der klassischen Stateful Inspection, wo ich eben meine Services freischalte, die ich benötige, dass wir eben auch bereits im Campus-Netzwerk, nicht nur am Internet-Edge, alle möglichen Next-Generation-Firewall-Features, die so im Prinzip bei den Herstellern verfügbar sind, aufdrehen. Sprich, neben klassischen IPS, Anti-Mailware und Application Control bieten eben viele Hersteller, Firewall-Hersteller, auch unsere, die wir im Portfolio haben, eben Cisco, Palo Alto und Fortinet, OT-Security und IoT-Security-Erweiterungen an. Zum Beispiel, um was geht es bei der OT-Security? Dass man eben das klassische IPS-Seekature-Set, das sehr auf Enterprise-Applikationen, sage ich mal, fokussiert ist, um OT-Devices erweitert, damit ich eben speziell meine OT-Devices oder auch IoT-Devices wie Sensoren und so weiter auch mit meinem IPS schützen kann. Zusätzlich kann ich auf der Firewall Identity und Kontext mit einfließen lassen. Das heißt, ich kann auch im Campus, wenn ich Identity auf der Firewall aktiviere, mit unterschiedlichen Varianten, möglich nicht nur klassische Freischaltung machen, wo ich in der Source und in der Destination auf IP-Adressen gehe, sondern wo ich eben in der Source und in der Destination auf User-Informationen, Geräte-Informationen etc. zurückgreife, was natürlich mein Rules-Set im Prinzip noch schöner und noch spezifischer macht. Wichtig noch einmal zusammengefasst, Segmentierung mit einer Firewall behandelt die sogenannte Inter-Risk-Zone-Kontrolle. Wenn wir jetzt eben drüber nachdenken, wie kurz erwähnt, was passiert innerhalb einer Zone? Eine Firewall, die wir als Routed Hop implementieren, hat keine Einsicht in die Zone selbst und wir brauchen zusätzlich eine weitere Technologie, um die sogenannte Inter-Risk-Zone-Kontrolle zu machen. Kurzer Exkurs, ein Beispiel, Lateral Movement. Hier ist im Prinzip ein Angriff beschrieben. Um was geht es hier? Es wird ein Device im Prinzip gekapert, infiltriert. Ein Hacker, ein Attacker hat dieses Gerät in der Hoheit und auch wenn wir jetzt der Netzwerksegmentierung klassisch mit einer Firewall umgesetzt haben, hat aber dieser infizierte Rechner im Prinzip trotzdem noch die Einsicht auf alle möglichen Geräte innerhalb dieser Zone. Also bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Haustechnik. Es wird ein Haustechnik-Device gekapert. In meinem Haustechnik-WLAN, in meinem Haustechnik-Subnetz befinden sich zig andere Geräte. Das heißt, von diesem Gerät aus kann gescannt werden, kann weitergesprungen werden, können weitere Geräte infiltriert werden. Und zuletzt in dem Beispiel läuft es darauf aus, dass eben wenn viele Geräte infiltriert sind und der Hacker im Prinzip mehrere Geräte zur Verfügung hat, dass er eben Data-Exfiltration machen kann. Aber wichtig bei dem Beispiel Lateral Movement ist im Prinzip, dass um das zu verhindern, muss ich weiterdenken. Um das zu verhindern, brauche ich mehr als eine Netzwerk-Firewall. Ich brauche eine sogenannte Micro-Segmentation-Lösung. Ich habe da jetzt nicht auf die volle Micro-Segmentation-Lösung aufgeschrieben, aber im Wesentlichen geht es hier um die sogenannte Intra-Risk-Zone-Kontrolle. Das heißt, wenn wir uns noch einmal die Firewall vereinheitlichen, wo ich meine einzelnen Zonen habe, hier ist es ein bisschen anders dargestellt, aber zum Beispiel habe ich hier Building Management. Das heißt, ich brauche eine Technologie. In dem Fall werden wir jetzt dann Cisco Trust Sec, Cisco Secure Group Access vorstellen, als Micro-Segmentation-Lösung, als Netzwerk-basierte Micro-Segmentation-Lösung, die im Prinzip hauptsächlich, sage ich jetzt einmal, auf den Routern und Switches von Cisco implementiert ist. Und mit dieser Lösung kann ich eben sogenannte Micro-Segmentierung umsetzen. Das heißt, ich habe im Prinzip die Möglichkeit, innerhalb meines Haustechnik-WLANs zu steuern, ob die einzelnen Sensoren, Steuerungsgeräte, Automaten etc. untereinander kommunizieren dürfen, auch wenn sie sich im gleichen IP-Adressen- oder WLAN-Bereich befinden oder eben nicht. Das ist im Prinzip jetzt die Stärke, wo Trust Sec ansetzt, wo wir über Firewall-Grenzen hinaus innerhalb einer Zone die Möglichkeit haben, zu segmentieren, Micro-Segmentation umzusetzen und eben, sage ich einmal, dem Zero-Trust-Modell vielleicht noch näher zu kommen. So, immer wieder eine schwierige Aufgabe, in kurzer Zeit Trust Sec zu erklären, vor allem vielleicht, wenn Sie das Thema Trust Sec oder Secure Groups noch nie gehört haben. Aber im Wesentlichen besteht Trust Sec aus drei Bausteinen. Die drei Bausteine sind die Classification, die Propagation und Enforcement. Classification bedeutet, dass wir bei der Micro-Segmentation Kontextinformation einbringen. Kontextinformation, ich sage jetzt einmal, im Sinne von möglicherweise Geräteklassen. Im Fachjargon oder im Trust Sec-Jargon nennt sich das ein Secure Group Tag. Aber ein Secure Group Tag meiner Meinung nach spiegelt eine Geräteklasse wieder. Das heißt, bleiben wir wieder beim Beispiel Haustechnik. Ich habe in der Haustechnik zum Beispiel eine Heizungssteuerung und ich kann mit der Trust Sec-Technologie, wie das genau funktioniert, kommt dann, aber im Prinzip genau bestimmen. Dieses Endgerät, das sich in meinem Netzwerk befindet, ist eine Heizungssteuerung. Das ist eine Klimasteuerung, das ist eine PV-Einlage, ein Wechselrichter, was auch immer man so im Haustechnikbereich hat. Das ist die sogenannte Classification. Welche Geräteklassen, welche Geräte, dass es gibt, das definieren Sie frei. Wie das genau funktioniert, kommt dann gleich auf ein paar Slides. Wichtig ist nur, die Klassifizierung, die Propagation als auch das Enforcement wird zentral gesteuert. Zentral gesteuert von der Cisco Identity Service Engine, Cisco ISE. Cisco ISE, sage ich jetzt einmal, de facto bei unseren Kunden, Cisco Netzwerken mehr oder weniger schon der Standard, um das Thema Network Access Control 800 2.1x Mac Authentication Bypass umzusetzen. Das heißt, wenn Sie die ISE schon im Einsatz haben, mit der Sie Ihre Netzwerkzugriffskontrolle machen, wäre im Prinzip die nächste Evolutionsstufe, die Microsegmentation umzusetzen, sprich das nächste Label zu interplementieren. Das heißt, von der klassischen Authentifizierung und der Network Segmentation Richtung Microsegmentation zu gehen. Die Propagation. Was ist bei der Propagation wichtig zu wissen? Wir versehen unsere Endgeräte mit Kontext. Wir klassifizieren sie. Was im Endeffekt aber bedeutet, dass wir, wenn wir Trusted leben und die Klassifikation gemacht haben, ist die Idee, dass wenn ein gewisses Endgerät, das klassifiziert ist, Flows, Datenströme erzeugt, jeder, jedes einzelne Paket oder eher jeder einzelne Frame, weil es auf Ethernet-Basis basiert, dementsprechend klassifiziert wird. Das heißt, dieser Tag, eben zum Beispiel Tag Heizungssteuerung, wird bei jedem einzelnen Ethernet-Frame, das dieses Gerät produziert, nehmen wir es einmal so, oder erzeugt, mittransportiert. Damit eben alle meine Netzwerkkomponenten in meiner Trust-Tag-Tomäne im Prinzip darüber Bescheid wissen, okay, das ist jetzt Traffic von einer Heizungssteuerung. Wie gehe ich dann damit um? Das ist das Thema Enforcement. Das heißt, wir klassifizieren, wir propagieren den getaggten Traffic dementsprechend in unserem Netz und der letzte Schritt, um die Micro-Segmentation quasi zu vollenden, Entschuldigung, ist dann dementsprechend zu Entforcen. Entforcen bedeutet dann, dass meine Switches, meine Router im Netzwerk, muss jetzt zwingend eine Firewall sein, das Trust-Tag-Enforcement per se, das Micro-Segmentation-Enforcement per se basiert auf Switch-Logic, dass wir im Prinzip bestimmen, ob jetzt eine Heizungssteuerung mit einer Klimasteuerung, mit einer PV-Anlage, selbst wenn sie sich im gleichen WLAN befinden, miteinander reden dürfen oder nicht. Gemanagt und provisioniert, wenn man es so nennt, wird das im Prinzip alles zentral über die ISE. Da habe ich dann auch noch ein paar Bilder, wie das funktioniert. Wenn Sie sich jetzt da fragen, wie funktioniert das Ganze, hier vielleicht eine etwas andere Darstellung. Hier sieht man im Prinzip einen User oder ein Device, das am Netzwerk angesteckt ist. Wir sehen oben, das ist das Symbol mit dem Fingerabdruck. Das ist in dem Fall unser Cisco ISE, also unser Radius-Server, unser 802X, Mac-Authentication-Bypass, zentraler Server, der darüber bestimmt, ob sich Geräte im Netzwerk, oder andersherum, der darüber bestimmt, ob Geräte im Netzwerk teilnehmen dürfen oder nicht. Das heißt, kurz zusammengefasst, unabhängig davon jetzt, ob sich jetzt ein Gerät mit 802X oder vielleicht nur mit der Fallback-Variante per MAC-Adresse authentifiziert, bestimmt uns die ISE darüber, das Gerät darf ins Netz oder nicht. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und bei der sogenannten Autorisierung, wo Sie vielleicht jetzt schon ein WLAN mitpushen, pushen wir zusätzlich die Classification, den sogenannten Group-Tag mit. Eben zum Beispiel Tag Heizungssteuerung. Dieser Tag wird dann quer durch unser Netz in unserer Trust-Sec-Domäne transportiert und auf bestimmten Stellen im Netzwerk, das ist ein bisschen designabhängig, wie ich das mache, kann ich dann enforcen, ob dieser Stream zu einer gewissen Destination darf oder nicht. Und die Destination in dem Fall würde auch immer bedeuten ein Tag. Also Beispiel, meine Heizungssteuerung würde jetzt einmal behaupten, hat keine Notwendigkeit, auch im gleichen WLAN mit meinen Wechselrichtern für die PV-Anlage zu kommunizieren. Wenn es da Flows gibt, wäre es wahrscheinlich eher bedenklich, weil die zwei Dinge möglicherweise nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Das heißt, mein Enforcement würde so ausschauen, dass ich sage Tag Heizungssteuerung auf Tag Wechselrichter deny. Keine Kommunikation möglich, egal ob sich die Geräte im gleichen WLAN befinden, im gleichen Subnetz, in unterschiedlichem Subnetz, weil, das ist ganz wichtig, das ist quasi eine topologieunabhängige Micro-Segmentation-Lösung, weil, wie ich vorher kurz erwähnt habe, wird den Kontext auf Flare 2 im Ethernet-Frame mittransportieren und wir nicht zwingend quasi auf IP-Adressen schauen müssen. Beim Trust-Sec-Enforcement wird der Tag ausgewertet, egal welches WLAN, welche IP-Adresse. Das ist ganz wichtig, merken. Warum das ein riesengroßer Vorteil ist, habe ich dann auch noch ein paar Punkte. Unabhängig davon, wenn Sie sich vielleicht fragen, wie definiere ich das jetzt ganz, hier haben wir einen Auszug aus der ISE, wo die sogenannten Secure Groups, also meine Tags, definiert werden. Ich habe es vorher schon erwähnt, welche Geräteklassen, welche Tags, wie viele Tags, dass es gibt, obliegt letztendlich Ihnen. Natürlich ist es immer, sage ich mal, ein schmaler Grad zwischen zu wenigen Tags und zu vielen Tags, weil abhängig von der Tag-Größe ergibt sich auch meine Enforcement-Matrix, komme ich gleich dazu. Das heißt, mit mehr Tags wird natürlich das Enforcement komplexer. Mit zu wenigen Tags bin ich vielleicht zu unflexibel, um das Enforcement auf ein Label zu bringen, das ich gerne möchte. Aber am Ende des Tages, wie man auf dem Screenshot sieht, man gibt dem Tag einen Namen und es gibt eine ID. Also vielleicht ähnlich, wenn Sie am Switch ein WLAN definieren. WLAN, WLAN-Name, WLAN-ID. Trust-Sec-Tag, frei vergebener Name, mehr oder weniger frei vergebene ID. Das ist im Prinzip unsere Klassifizierung. Jetzt wird es kurz ein bisschen technisch, aber hier nur grob zusammengefasst, wie jetzt die Klassifizierung per se funktioniert. Also man sieht Supplicant-Switch-Radius ganz oben. Das heißt, eine klassische Authentifizierung. Wiederum egal, ob jetzt Mekadressen passiert oder 822. Wichtig ist zu wissen, im Response gibt der Radio-Server die ISE zurück. Okay, das Gerät darf ins Netzwerk und kommt möglicherweise in ein spezielles WLAN. Und darüber hinaus haben wir jetzt eben die Möglichkeit, mit einem speziellen Cisco AVPR nennt sich es. Sie sehen da Cisco AVPR Security Group Tag 5 in dem Fall. Das heißt, in der Autorisierung, wo Sie eben dynamisch vielleicht jetzt schon WLANs mitpushen, pushen Sie diesen Tag mit. Unten haben Sie noch einen Auszug von der Switch-CLI, wo Sie dann im Prinzip sehen, okay, welche IP-Adressen in dem Fall beziehen gerade momentan welchen Trust-Sec-Tag. Das heißt, die Klassifizierung in dem Fall funktioniert komplett dynamisch über die ISE. Wenn Sie sich jetzt da fragen, naja, ich habe Geräte in meinem Netz, die ich vielleicht nicht authentifizieren will oder auf was für einen Grund auch immer nicht authentifizieren kann. Keine Angst, ist kein Showstopper für Trust-Sec. Ich kann auch eine statische Klassifizierung machen. Statische Klassifizierung, nur kurz zusammengefasst, zwei Möglichkeiten zum Beispiel. Direkt am Access-Board, wo sich ein Gerät befindet, eben zum Beispiel meine Heizungssteuerung. Ich habe den Port für die Heizungssteuerung aus was für einem Grund auch immer nicht authentifiziert. Ist jetzt per se für die Segmentierung für Trust-Sec kein Showstopper, weil ich direkt auf dem Access-Board auch sagen kann, auf diesem Port befindet sich quasi der Tag Heizungstechnik. Beziehungsweise was es auch gibt, ein sogenanntes Subnet-to-SGD-Mapping. Ich kann noch zum Beispiel sagen, relativ simples Beispiel, wenn ich jetzt sage, mein Haustechnik-Netz ist der Subnetzbereich 101010.0-24, kann ich zum Beispiel auch zusammengefasst definieren. Mein IP-Subnetz mit 101010.0-24 ist Tag-Haustechnik. Das heißt, wir sind jetzt nicht von einer Authentifizierung, dynamischen Klassifizierung abhängig. Ihr könnt das auch statisch machen. So, hier noch ein Auszug, wie das Enforcement funktioniert. Wenn wir jetzt unsere Tags definiert haben, schaut das im Prinzip so aus, dass wir hier die sogenannte Matrix auf der ISE haben und bei einem Schneidepunkt, wo sich quasi zwei Tags schneiden, bestimme ich, ob die Geräteklassen miteinander kommunizieren dürfen oder nicht oder ob sie partiell miteinander kommunizieren dürfen. Das sind dann die sogenannten Trust-Sec-Permissions, am Switch umgesetzt mit sogenannten Security-Group-ACLs, wo ich im Prinzip ähnlich wie mit einer normalen ACL bestimmen kann, welche Ports, Services erlaubt sind. Wichtig ist nur, bei einer Security-Group-ACL, wie Sie es ja hier bei dem relativ simplen Beispiel sehen, gibt es kein IP any, weil das im Prinzip immer, oder was ich meine ist, es gibt keine Source- oder keine Destination-IP, weil das Ganze im Prinzip immer kontextmäßig basiert. Das heißt, da gibt es keine Source- oder Destination-IP in der ACL, weil das Ganze ja kontextbasiert, also Tag-basiert ist, passierend ist. So, zu guter Letzt das Pick-Picture. Wir definieren unsere Tags auf der ESE, wir definieren die sogenannte Environment-Data auf unserer ESE und wir definieren unser Policy auf der ESE. Das heißt, die ESE, der zentrale Provisionierungspunkt für unsere Trust-Sec-Domäne, von der alle Switches im Prinzip meine kompletten Tags lernen und wie sie mit den unterschiedlichen Tags untereinander umgehen, sprich Enforcement-Trust-Sec, Enforcement-Permissions. Das sehe ich aus der ESE. Und hier noch ein relativ simples Beispiel, wie so ein Intra-Zone-Enforcement aus Sicht eines Switches funktioniert. Ich habe jetzt eine relativ simple Topologie. Ich nehme als Distribution-Switch zwei Access-Switches. Auf den Access-Switches habe ich unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Tags. Ob sich die Geräte jetzt im gleichen WLAN befinden oder nicht oder in unterschiedlichen Subnetzen befinden, ist Trust-Sec völlig egal. Gehen wir jetzt zum Beispiel davon aus, bei dem Beispiel, dass wir ein Client-WLAN haben und ich parke meine Mitarbeiter, meine Entwickler in dem Fall, auch meine Gäste und meine Nicht-Compliant-Geräte, wenn ich Post-SS mitmache zum Beispiel, in selbe WLAN. Als Trust-Sec kein Problem. Auch wenn sie sich im selben WLAN befinden, kann ich, wenn ich den Employee, dem Developer, dem Guest und dem Nicht-Compliant-Gerät einen entsprechenden Tag-Zuordner mit Trust-Sec direkt entforsen, ob die Geräte miteinander kommunizieren dürfen oder nicht. Das heißt, auf was ich hinaus will, ist, man muss jetzt nicht zwingend immer, um zu segmentieren, eigene WLANs kreieren, sondern ich kann doch schon auch bewusst, abhängig von meinem IP-Plan, von meinem WLAN-Plan, Geräte im gleichen WLAN lassen und kann trotzdem mit Trust-Sec dementsprechend entforsen. Was auch sehr interessant ist, sage ich mal, vielleicht für die Security-Analysten oder für SOC-Teams relativ interessant, sogenannte DEF CON-Levels auf der ISE. Das heißt, ich habe meine Default-Matrix, meine Default-Permission, wo ich zum Beispiel drinnen habe, Clients dürfen mit Clients per Meet-IP kommunizieren, weil es vielleicht die Voraussetzung ist für MS Teams, WebEx und so weiter oder einen anderen Kommunikations-Tool, dass die Clients untereinander direkt P2P-mäßig reden müssen. Jetzt habe ich vermeintlich einen Outbreak. Ich aktiviere DEF CON-Level 1 und in mehr oder weniger Echtzeit ändert sich die Permission von Client zu Client auf zum Beispiel nur mehr Permit ICMP, damit ich netzwerktechnisch noch analysieren kann, ob die Geräte untereinander erreichbar sind. Aber sonst funktioniert nichts. Warum nahe Echtzeit? Naja, wenn Sie sich das Bild vor Auge halten, dass die ISE im Prinzip meine Switches provisioniert, ist es eigentlich so, dass bei jeder Änderung auf der ISE, die ich in meiner Matrix vornehme, auch wenn ich jetzt meine unterschiedlichen DEF CON-Levels aktiviere, sich die Permissions ändern. Die ISE signalisiert alle meine Komponenten in der Trust-Sektomene. Es gibt eine Änderung und quasi on demand würden die Switches die sogenannten Trust-Sekt-Permissions updaten und das umsetzen. Das heißt, wirklich per Klick nahe Echtzeit setzen die Switches die Änderung der Permissions um. Und wenn Sie dann herausgestellt hat, dass ich wirklich einen Outbreak habe, aktiviere ich in dem Beispiel mein DEF CON-Level 4 und wieder, nahe Echtzeit, wird die komplette Client-zu-Client-Kommunikation von Trust-Sekt komplett unterbunden. Ich fasse zusammen, bevor ich übergebe. Wichtig ist nur für Sie zu wissen, die Micro-Segmentation Trust-Sekt ist keine Stateful-Inspection. Das heißt, das ist kein Firewall-Essatz. Am Schluss beim Conclusion werde ich noch näher darauf eingehen, dass, wenn man wirklich über eine vollendete Segmentierungsstrategie, sage ich jetzt einmal nachdenkt, wird man immer beides brauchen. Fakt ist aber, was schon sehr elegant ist, eine topologieunabhängiges Enforcement. Das heißt, wenn Sie vielleicht in Ihrem Netzwerk aus dem Healthcare-Bereich oder aus dem OT-Bereich kommen, werden Sie sich sicher denken, Segmentierung per se ist schon cool, aber alles, was ich mit Firewalls mache, setzt oft eine sogenannte IP-Adress-Readressierung voraus, wenn ich Segmente schaffen will. Und speziell bei Healthcare-Geräten oder IT-Geräten, ich denke nur zum Beispiel ein großes MR-Gerät im Healthcare-Bereich. Das wird meistens von irgendeiner Fremdfirma bedient. Ich habe selbst nicht wirklich einen Einfluss drauf. Und dann heißt es oft, okay, wenn ich jetzt mein MR umadressieren will, erzeugt das tausende Euro an Kosten, weil es muss eine externe Firma kommen, alles neu parametrieren, etc. Das heißt, wenn Sie darüber nachdenken, trotzdem Segmentierung zu machen, ohne dass Sie im OT-Bereich, im Healthcare-Bereich, wo es teilweise wirklich alte Systeme und so weiter gibt, ist TrastSec, die Micro-Segmentation von TrastSec, vielleicht die Lösung Ihrer Wahl. Weil sie ist gang und gäbe. Produktionsbereich, es gibt irgendwo ein altes, großes Lash 16-Netz, wo sich zig Maschinen drinnen befinden. Kann ich ohne die IP-Adressen zu ändern, im Prinzip, wenn ich meine Maschinen klassifiziere, muss nicht authentifiziert sein, habe ich vorher gesagt, kann auch statisch sein, trotzdem eine Segmentierung einziehen, dass sich Produktionslinie 1 und Produktionslinie 2 zum Beispiel nicht sehen. Firewall-Integration ist möglich. Ich sage jetzt einmal, all unsere drei Hersteller, Cisco und Ona, kann mit TrastSec umgehen, die Cisco Firewall, aber auch Fortinet und Palo Alto lassen sich in die TrastSec-Technologie integrieren, damit ich auch in meinem Firewall-Rollset als Source- und Destination-Criteria mit Tags arbeiten kann. Es ist kontextbasiert. Das ist ganz wichtig. Der Group-Deck steckt in Fokus. Es wird klassifiziert und basierend auf meiner Klassifizierung wird entforst. Ich habe es, glaube ich, eher ein paar Mal gestresst, aber für Sie wichtig zu wissen, keine IP-Adressierung, Array-Adressierung notwendig. Und eben das Kernthema, wenn wir zurückdenken an unser Firewall, mit den Zonen. Innerhalb einer Zone kann eine Firewall nichts machen. Das heißt, ich habe ein eigenes Druckernetz, ich kann mit TrastSec trotzdem sagen, und die Drucker dürfen sich untereinander nicht sehen, weil ich sage Tag-Drucker auf Tag-Drucker-Denay. Was bei TrastSec auch noch interessant ist, abschließend, es gibt auch immer den sogenannten Tag-Unknown. Das heißt, was mache ich mit nicht klassifizierten Geräten? Hier gibt es unterschiedliche Ansätze, ob ich einen White-List- oder einen Black-List-Ansatz mache. Black-List, also White-List-Ansatz, würde im Prinzip bedeuten, dass ich Unknown-Traffic nicht zulasse und nur wirklich getaggten Traffic zulasse, weil es Security-technisch auch meiner Meinung nach einen riesengroßen Charme hat, weil wenn ich eine sogenannte Unknown-Denay-Strategie fahre, muss in irgendeiner Form jedes Gerät in meinem Netz, jeder IP-Datenstrom, wenn ich es so nennen kann, klassifiziert sein, damit er funktioniert. Ist vielleicht mehr Aufwand wie ein Black-List-Ansatz, aber Security-technisch ein viel größerer Benefit. So, ich hoffe, ihr habt es in kurzer Zeit irgendwie geschafft, Ihnen die Microsegmentation mit Trust-Segger näherzubringen und jetzt machen wir im Prinzip einen kompletten Technologieschwenk Richtung SD-WAN und bitte den Georg auf die Bühne. Danke Christoph. So, jetzt haben wir unser Netzwerk schön segmentiert, hoffentlich. Jetzt geht es um die Optimierung und Absicherung vom Transport in Richtung unserer Warnleitungen. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Auffrischung, was SD-WAN eigentlich ist. SD-WAN ist ein softwaredefinierter Ansatz, um Warn-Traffic zu steuern. Was heißt das jetzt? Ich habe zwei oder auch durchaus eine Vielzahl an Warnleitungen auf meinem Standort und ich möchte dynamisch steuern, bestimmen, wie diese genutzt werden, welchen Traffic ich über welche Leitung schicke und das am Grund von einem gewissen Regelwerk. Das können jetzt anhand von Adressen sein, anhand von Applikationen sein, dynamisch verteilen. Fortinet nennt diese ganze Implementation Secure SD-WAN. Warum? Weil das in ihre Next Generation Firewalls eingebaut ist. Sprich, wir haben ein Gerät für Next Generation Firewall mit Packet Inspection und SD-WAN Transport. Was sind jetzt so die Hauptgründe, die Hauptmotivationen für SD-WAN-Projekte, denen wir so in der Praxis begegnen? In erster Linie, was man am öftesten sieht, sind MPLS-Ablöseprojekte. MPLS-Leitungen, gerade wenn es ums internationale Umfeld geht, länderübergreifende Verbindungen, können sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und da bietet einem SD-WAN-Projekt eine gute Möglichkeit, dass man unabhängig wird vom MPLS-Provider und auch wenn es einen initialen Invest gibt in die SD-WAN-Infrastruktur, dann meistens der Return of Invest, wenn man dann auf günstigere Leitungen umsteigen kann, doch ein sehr, sehr hoher ist und man sich am Ende der Laufzeit mehr erspart, als man initial investiert. Was auch ein wichtiger Treiber ist, wenn ich zusätzliche Bandbreiten zur Verfügung stellen will, meine Standorten, in der Praxis geschieht das sehr oft über LTE- oder 5G-Backup-Leitungen, weil die eben sehr, sehr schnell verfügbar ist. Da braucht man nicht lange provisionieren und hat auch einen zusätzlichen Weg und ist nicht abhängig von einer zentralen Leitung. Compliance kann auch ein Treiber sein für so ein SD-WAN-Projekt, wenn es darum geht, eure Richtlinien umzusetzen, wenn ich zum Beispiel meinen Traffic am Warentransport verschlüsseln muss. Das heißt, ich habe mein MPLS, ich möchte es behalten, aber ich muss dort den Traffic verschlüsseln. Das kann auch ein guter Grund sein für ein SD-WAN-Projekt umzusetzen. Business Continuity und User Experience sind auch Themen, die dabei immer wieder eine Rolle spielen, weil ich will es genauso wenig, dass die User unproduktiv sind, weil meine Warn-Uplink ausgelastet ist und die Applikationen nicht funktionieren, beziehungsweise wenn er mal bei Erdarbeiten der Bagger wieder mal in die DSL-Leitung fährt und deshalb im Standort steht, ist das auch nicht optimal. So, wie schaut jetzt die Architektur von einem Fortinet SD-WAN aus? Kernkomponente dabei ist die FortiGate Next Generation Firewall, die die SD-WAN-Logik eingebaut hat. Sie ist damit nicht abhängig von irgendeinem zentralen Management-System für die Steuerung vom Traffic, sondern die Logik passiert direkt auf der Box. Das hat auch den großen Vorteil, dass der Traffic durch die IPS-Engine analysiert wird und ich so applikationsbasierte Routing-Entscheidungen für meinen SD-WAN-Traffic treffen kann. Das klassisches Beispiel ist, was einem also immer begegnet, meistens einer der ersten Punkte, über die man da spricht, sind Windows-Updates. Man kennt das sicher, gibt es wieder mal ein Patch-Day, die ganzen Clients ignorieren den Update-Server und holen sich die Updates direkt aus dem Internet und die Internetleitung ist dicht. Da hätten wir zum Beispiel so eine Möglichkeit, applikationsbasiert Windows-Updates auf eine Backup-Leitung auszulagern und meinen kritischen Traffic trotzdem auf meiner Hauptleitung betreiben zu können. Und natürlich, weil es sich ja um eine Next-Generation-Firewall handelt, die ganzen Security-Features, Web-Filtering, Content-Inspection, SSL-Decryption, um eine Möglichkeit zu bieten, einen sicheren lokalen Breakout zu schaffen. So, jetzt möchte ich mir gerne mit Ihnen noch ein paar Topologien anschauen, die uns in der Praxis so begegnen. Zuallererst ganz einfach, ganz basic Use-Case Direct Internet Access. Sprich, ich habe zwei, drei, vier Warnleitungen am Standort und möchte diese gemeinsam nutzen. Mit gemeinsam meine ich jetzt nicht ein einfaches Active Backup-Szenario, wie das vielleicht schon vielfach eingesetzt wird, dass ich meine Backup-Leitung verwende, wenn die Hauptleitung nicht verfügbar ist, sondern ich möchte die zusammen verwenden. Sprich, zum Beispiel, ich schicke kritischen Traffic für meine wichtigen Applikationen, zum Beispiel mein SAP, Salesforce, wie auch immer, über die Leitung, die mir gerade die beste Qualität bietet. Niedrigsten Packet Loss zum Beispiel. Im restlichen Traffic verteile ich dann einfach nach Best-Effort-Prinzip auf alle Leitungen und habe so mehr Bandbreite in Summe zur Verfügung. Was man dabei zum Beispiel auch machen kann, wenn man das möchte, ein sogenanntes Bill-Over-Routing, dass ich sage, ich verwende primär meine Hauptleitung, bis die Bandbreite ausgeschöpft ist und nehme den restlichen Traffic und verteile ihn dann auf die weitere Leitungen. Wie weiß das Gerät jetzt, wenn die Bandbreite erreicht ist? Ich kann die entweder manuell hinterlegen oder aber auch automatisch, zyklisch messen lassen. Analog zum Direct Internet Access kann ich auch ein Remote Internet Access Szenario abbilden. Wann mache ich das klassischerweise? Ein Use Case dafür wäre, ich möchte mein MPLS-Netzwerk weiterhin betreiben, route meinen Traffic über SD-WAN durch das MPLS, kann zusätzliche Leitungen wie ein 5G-Backup zusätzlich verbinden und breche zentral aus. Was auch ein interessanter Use Case für Remote Internet Access ist, wenn ich zum Beispiel eine Multi-Vendor-Strategie fahren will, wenn ich meinen Internet-Traffic durch zwei verschiedene Firewall-Hersteller beziehungsweise deren Next-Generation-Firewall-Inspection-Engines prüfen lassen will, bietet mir da der Remote Internet Access eine sehr einfache Möglichkeit dafür, weil ich habe dann meine SD-WAN-Topologie mit zentralem Breakout und in der Zentrale nochmal einen anderen Firewall-Cluster von einem alternativen Hersteller und habe so sehr einfach eine Multi-Vendor-Strategie umgesetzt. Natürlich kann man das auch Ganze kombinieren, wenn ich zum Beispiel meinen Internet-Traffic zentral ausbrechen lassen will für meine Unternehmens-Clients, aber dann habe ich jetzt zum Beispiel eine zweite Leitung am Standort und ich habe dort ein Gästenetz, wo es eigentlich keinen Sinn macht, dass ich das in die Zentrale schicke, da möchte ich vielleicht auch keine zusätzliche Inspection machen, das lasse ich dann lokal ausbrechen. Das kann ich dann mit meinem SD-WAN-Regelwerk alles einfach bestimmen. So, jetzt haben wir uns primär Internet-Traffic angesehen. Jetzt möchte ich auch gern auf Side-to-Side-Traffic eingehen. Direct-Internet-Access ist so der klassische Use-Case, damit hat das Ganze meistens angefangen. Wenn man heutzutage ein SD-WAN-Projekt startet, dann redet man immer gleich von vorne weg natürlich über internen Traffic. Sprich, ich habe meine Standorte, im Fall in einer klassischen, in einer Sterntopologie, über mehrere VPN-Tunnel, über alle meine Internetleitungen, mit dem Hub-Standort verbunden. Ob ich jetzt dabei den Internet-Breakout lokal mache, also Direct-Internet-Access oder über die Zentrale, kann ich über mein SD-WAN-Regelwerk frei bestimmen. Je nach Use-Case, Anforderung und Lizenzierung der Firewalls, wo ich meine Inspection machen will, was da mehr Sinn macht. Ein Feature, auf das ich in dem Zusammenhang auch gern zu sprechen kommen möchte, ist das ADVPN oder Auto-Discovery-VPN. Dabei habe ich eine Hub-and-Spoke-Topologie, eine Sterntopologie für meine VPN-Clients. Aber wenn ich das Feature aktiviere, habe ich die Möglichkeit, dass die Spokes, sprich meine Standorte, sich dynamisch nach Bedarf einen Shortcut-Tunnel aufbauen. Sprich, die bauen dann on-demand einen VPN-Tunnel direkt miteinander auf. Was zum Beispiel klassischer Use-Case dafür ist, ist IP-Telefonie oder Videokonferenzen. Wenn ich keinen Bike-Traffic habe zwischen den Standorten, nur immer wieder on-demand ein Telefonat, ist das eine sehr gute Möglichkeit, dass ich den Traffic von meinem Hub-Standort wegbringe. vielleicht die Round-Trips-Times ein bisschen verkürzt, aber trotzdem den Vorteil habe, dass ich keine Full-Mesh-Topologie administrieren muss mit dem entsprechenden administrativen und technischen Overhead, der dahinter steht. So, jetzt haben wir hier eine einfache Hub-and-Spoke-Topologie mit einem Hub. Das können wir natürlich auch entsprechend erweitern. Wir können mehrere Hubs in unsere Topologie integrieren, zwei oder beliebig viele. Das kann jetzt entweder sein, ein Ausfallrechenzentrum, das ich nur im Backup-Fall verwende, wenn meine primäre Site nicht verfügbar ist. Das kann ein zweites Site sein, wo ich zusätzlich andere Services für meine Clients bereitstellen will. Oder aber ich habe dort identische Services gehostet und ich möchte meinen Standorten sagen, okay, geht zu dem, Datacenter, das ihr besser erreicht, wo ihr eine bessere Leitungsqualität hinhabt. Auch das könnte man entsprechend über ein SD-WAN-Regelwerk so abwägen. In dem Fall haben wir jetzt eine Dual-Hub-Single-Region Topologie hier abgebildet. Man kann das Ganze natürlich auch über eine Multi-Region-Topologie erweitern, wo ich sage, ich habe meine regionalen Hubs, zum Beispiel ich habe zwei Hubs in Europa, zwei Hubs in Amerika, zwei Hubs in Asien, wo sich meine lokalen Standorte hinverbinden und die Hubs untereinander sind dort ebenfalls in einem Full-Mesh verbunden und tauschen die Routen und den Traffic zwischen den Regionen untereinander aus. So, jetzt haben wir unseren Internet-Traffic abgedeckt und unseren internen Traffic. Jetzt werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Public Cloud. Da haben wir auch viele Ressourcen in einer Azure, AWS, Google Cloud, wie auch immer. Auch die können wir natürlich in unsere SD-WAN-Topologie integrieren. Dazu habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache meine Tunnel von meinen SD-WAN-Gateways direkt zum nativen VPN-Gateway in der Cloud. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich eine virtuelle Firewall-Instanz, ein virtuelles VPN-Gateway in meiner Cloud-Instanz deploie. Im ersten Fall, wenn ich jetzt das native Gateway verwende, kann ich nur den Traffic, der von On-Premise in die Cloud geht, über mein SD-WAN-Regelwerk optimieren, was in den meisten Fällen der Haupt-Use-Case ist, dass ich Traffic seit to Cloud habe. Wenn ich eine Next-Generation-Firewall ein SD-WAN-Gateway in der Cloud selbst deploy, kann ich auch den Traffic, der aus der Cloud ausgehend ist, zu meinen Sites über SD-WAN optimieren. Wie ich jetzt meine Anbindungen mache, ob ich die Sites einzeln direkt mit der Cloud verbinde, wie man hier links sieht, oder ob ich den Ausbruch in die Cloud zentral mache, das hängt von den jeweiligen Voraussetzungen und Anforderungen ab. Wenn ich zum Beispiel in meinem Data Center Standort eine besonders gute Anbindung zu meinem Public Cloud Provider habe, wie Express Route oder Megaport, kann das natürlich durchaus einen Sinn ergeben. Ansonsten hat man in den meisten Fällen den Vorteil, wenn man seine Standorte alle direkt mit der Cloud verbindet. So, jetzt möchte ich mir noch ganz kurz anschauen, die Konfiguration, wie schaut das aus, keine Sorge, das wird jetzt nicht tief technisch, das wird nur ein kurzer Überblick auf ganz hoher Flughöhe, wie sowas aussehen kann, nur um zu zeigen, wie relativ einfach man eine simple Topologie bereitstellen kann. Basis ist meine SD-WAN Zone, die lege ich an, ich habe hier meistens eine Zone für das Underlay, sprich meine physischen Links, da wo der Internet Breakout tatsächlich stattfindet und eine Overlay Zone, das sind in dem Fall meine VPN Tunnel, die über das Underlay geroutet werden. Diese Interfaces füge ich in SD-WAN Zonen hinzu und kann dann in meinem SD-WAN Regelwerk verwenden. Als SD-WAN Regelwerk, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Firewall Regelwerk. Ich habe meine Matching Criteria, das kann entweder ganz klassisch Source oder Destination Adresse sein, aber eben wie bereits erwähnt auch eine Applikation. Und dann gebe ich meiner SD-WAN Regel einerseits die Interfaces an, über die ich den Traffic schicken will, will ich ihn übers Anderly ausbrechen lassen oder schicken und entsprechend eine Loadbalancing Strategie. Das kann jetzt sein, dass ich manuell eine Leitung bestimme oder ich sage, ich will ein Lowest Cost Routing, dass ich meine bestimmte Leitung bevorzuge, wenn sie meinen Qualitätskriterien entspricht oder ich will meinen Traffic load balancen über alle Leitungen. Was ich Ihnen da als Tipp mitgeben kann, wenn Sie SD-WAN einführen, mit einem möglichst einfachen Regelwerk zu starten. Es ist meistens nicht sehr zielführend, wenn man von Anfang weg ein extrem kompliziertes Regelwerk entwickelt und sich in dem dann verliert. Identifizieren Sie wirklich Ihre zwei, drei kritischen Applikationen, bauen entsprechende Regeln für die, dass die wirklich mal optimiert sind und bauen es dann Schritt für Schritt weiter aus. Im Regelwerk verwenden wir dann für gewisse Loadbalancing Strategien dann eben auch unsere Health Checks. So würde so ein Health Check dann aussehen. Ich gebe an, über welche Interfaces ich die Health Checks machen will, gebe einen Server an, den ich prüfen will und die Qualitäts Kriterien Latenz Packet Loss Cheater die der Health Check erfüllen muss, dass die Leitung als gut gilt. Was ich dabei gerne herausstreichen möchte, ist die verschiedenen Möglichkeiten an Health Checks die wir haben. Wir können einerseits aktive Probes schicken, das heißt die Firewall schickt von sich aus Pakete zu dem entsprechenden Server, um die Verbindung zu prüfen. Ich kann aber auch einen passiven Health Check einbauen. Das heißt die Firewall schaut sich den Traffic an, der über sie geforwartet wird und errechnet sich daraus die Leitungswerte. Als Möglichkeiten für Health Checks habe ich neben dem Ping, der sich am weitesten verbreitet wird, auch viele andere Möglichkeiten wie TCP Echo, UDP Echo, DNS oder zum Beispiel TWAMP. Ein speziell für solche Health Checks darstellt. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, meine Leitungen zu prüfen und meine SD-WAN Routing Entscheidungen zu treffen. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist und auf sehr großes Interesse stößt bei Befortended SD-WAN Deployments ist das das hohe Maß an Monitoring und Visibilität, das man dadurch erhält. Ich habe meine Dashboards, die mir die Ergebnisse von den Health Checks zeigen, nicht nur aktuell, sondern auch historisch. Ich sehe, wie meine Leitungen ausgelastet sind, mit welchen Applikationen. Ich sehe die Health Checks Ergebnisse im Laufe der Zeit. Das eine ist jetzt als grafische Dashboards, aber auch in Form von detaillierten Logs. Zusammenfassend, was sind jetzt die Vorteile von so einem Internet SD-WAN Deployment? Ganz vorneweg die Möglichkeit von sehr einfachen Deployments. Ich kann mithilfe von Templates, Scripts und Variablen in kurzer Zeit eine Vielzahl an Standorten provisionieren und mittels echten Zero-Touch Provisioning brauche ich die Firewalls nicht mal unbedingt auspacken. Wenn ich die Möglichkeit habe einen Warnanschluss mit DRCB zur Verfügung zu stellen, muss ich einfach nur die Seriennummer mit der entsprechenden Konfiguration aus meinen Templates und Scripts hinterlegen, schicke die Hardware direkt zum Standort und muss sie dort noch mehr anstecken und sie wird automatisch provisioniert. Visibilität, dass ich sehe, wie sind meine Warnleitungen ausgelastet und mit welchen Applikationen sind sie so beschäftigt. Wir haben Next Generation Firewall Security eingebaut, sprich ich kann einen sicheren lokalen Breakout anbieten. Ich kann da wirklich Security Inspection machen, muss meinen Traffic nicht an eine Zentrale schicken, sondern kann den sicher lokal ausbrechen lassen. Ich bin sehr flexibel, was einerseits Topologien angeht, kann mir die wirklich nach meinen Bedürfnissen bauen und ich habe auch eine sehr große Hardware Auswahl. Da ist jetzt Geräten für sehr kleine Standorte mit wenig Durchsatzgeräten für große Standorte, Ruggedice Geräten, Hutschienen Montage, eingebautes Funkmodem, da ist für alle Bedürfnisse was dabei. Und wie bereits eingegang erwähnt, ein sehr hoher Return of Invest, weil man flexibel ist bei der Wahl vom Internet Service Provider, insbesondere aber nicht nur bei MBLS Ablöseprojekten. Das war jetzt ein kurzer Überblick zu Fortinet Estivan. Jetzt darf ich meinen Kollegen Udo auf die Bühne bitten für Sase. Bitte. Danke Georg. Mein Name ist Brandl Udo. Ich darf euch Ihnen heute bei der Gelegenheit Sase vorstellen. Darf ich Ihnen ein bisschen erzählen, was es ist, warum man es haben will und wie es funktioniert. Ich versuche, nachdem die Sessions schon sehr intensiv waren, es entsprechend auf die wichtigen Sachen zu beschränken und würde gleich mal anfangen zu erklären, was steckt hinter dem Begriff Sase. Secure Access Service Edge wurde 2019 von Gartner so benannt mit dem Slogan The Future of Networking Security is in the Cloud. Es hat Gartner bei der Gelegenheit auch vorgeben, was für Funktionen oder Features dann so eine Sase-Lösung beinhalten soll. Im besten Fall besteht das Ganze dann aus einer Netzwerk Komponente, aus einer Security Komponente damit es entsprechend im modernen Zeitalter funktioniert oder skaliert sollte das Ganze ein cloud natives Architektur Modell sein und was in der aktuellen Zeit immer wichtiger wird die Identität von dem Gerät oder dem User der auf Services irgendwie zugreifen will muss natürlich auch kontrolliert erfasst werden können. Jetzt hört sich das gut an, aber warum will ich so ein Service denn jetzt betreiben? Warum brauche ich das jetzt? Warum habe ich das früher noch nie gebraucht? Zwei Sachen die letzten Jahre haben gezeigt dass wir sehr stark auf geänderte Umwelteinflüsse reagieren müssen das heißt dass hybrides arbeiten mittlerweile mehr oder weniger überall möglich worden ist wo es vorher oder früher für die aus IT Security Sicht undenkbar war arbeiten mehr und mehr Benutzer Homeoffice unterwegs beziehungsweise ein anderer Trend ist dass sich auch immer mehr Services in die Cloud verschieben und Unternehmen dann diese Services dann auch aus der Cloud nutzen das hat mit Skalierung auch den Hintergrund dass meine Ressourcen in der Cloud in den vielen Fällen einfacher zur Verfügung stehen als On-Prem diese ganzen Änderungen in der Arbeitswelt in der Unternehmenswelt stellen Unternehmen jetzt vor verschiedenen neuen Herausforderungen die sie bis dato nicht hatten zum einen ich weiß nicht wie viele der Zuhörer heute Ende 2019 Anfang 2020 vor dem vor der Herausforderung Standen sind jetzt plötzlich Client VPN für einen Großteil der Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen damit die entsprechend von zu Hause auch noch weiterarbeiten können können jetzt hat man dann das Problem gelöst indem man vielleicht größere Firewalls kauft größere Lizenzen kauft und der gleichen führt zum nächsten Engpass die Bandbreite von meinem Datacenter Standort ich brauche zusätzliche Redonanzen vielleicht mehrere Leitungen dergleichen und damit meine Leute halt entsprechend arbeiten können muss ich halt irgendwie sorgen dass ich einen permanenten Zugriff jederzeit dort habe jetzt nimmt der User sein Gerät mit nach Hause und ich muss mich plötzlich um Sachen kümmern um die ich bis dato nie kümmern habe müssen was tut der User was hat der für Security Equipment noch zu Hause was ihn vielleicht schützt wenn er sich im Internet und dergleichen bewegt und auf meine Firmen Ressourcen zugreifen muss oder können muss welche Anwendungen verwendet er jetzt plötzlich von unterwegs die er aus der Firma eigentlich gar nicht erreichen kann weil das My Policy jetzt nicht zulasst und was biegen diese Anwendungen für zusätzliche Risiken dass irgendwelche Inzidenzen entstehen Security Inzidenzen entstehen was passiert jetzt mit Daten die der User hat und ins Internet zum Beispiel schicken kann die vorher in meinem Standort ja entsprechend kontrolliert kontrollieren habe können was geteilt werden darf was nicht geteilt werden darf und der letzte Punkt als Herausforderung steht damit weniger Komplexität und Kosteneinsparung es gibt überall irgendwelche Punktlösungen ich kann da Feature einschalten ich kann von einem anderen Hersteller das nächste Feature einschalten es gibt vielleicht Punktprodukte von kleinen Unternehmen die jetzt genau für diesen einen Anwendungsfall wirklich super funktionieren vielleicht skalieren sie dann nicht vielleicht ist es dann zum Bedienen schwierig weil ich drei vier fünf verschiedene Management Plattformen brauche weil die ganzen Informationen Logform Informationen in unterschiedlichen Systemen sind ich muss das nachher wieder konsolidieren aufwendig ich brauche für jedes Tool einen eigenen Spezialisten der mir das bedient das Ganze ist entsprechend komplex und kostet dann vermutlich auch mehr am Ende des Tages als Sassi Lösung darf ich heute Prisma Access von Palo Alto Networks vorstellen wie der Christoph Anfang schon gesagt hat alle Hersteller die wir bei der NTS Security Seite im Portfolio haben bieten alle Sassi Lösungen an es ist auch so dass nachdem keiner der Hersteller Sassi erfunden hat die einzelnen Bestandteile von so einer Sassi Lösung auch immer halbwegs die gleichen sind beginnt bei Firewall as a Service klassisch mehr oder weniger vergleichbar jetzt sprechen für Palo Alto Prisma Access einer Palo Alto Next Generation Firewall die für mich betrieben wird das heißt ich muss mich nicht um den Betrieb kümmern ich muss mich nicht um Software Stände kümmern dynamische Signatur Updates kümmern das erledigt das Service alles für mich also ich schreibe mein Policy Set und schaue dass sie meine User verbinden können mache meine Filter Kriterien und für den ganzen Rest ist in dem Fall dann die Palo Alto verantwortlich da ist die Kamera im Weg ich kann Zero Trust Network Access implementieren für den User egal wo er sie befindet also ich kann Policy implementieren die basierend auf Identität Least Privilege Access Entforced und ich kann im Laufe der aktiven Verbindung auch permanent auf den Traffic Einblick nehmen ich kann Änderungen erkennen ich kann auch bei Änderungen am Verhalten dann auch entsprechend entforcen und sagen okay jetzt ist mein die ursprüngliche Klassifizierung die ich dir gegeben habe dass ich dir vertraut habe nach dem initialen Check ist nicht mehr gegeben und damit unterbinde jetzt deinen weiteren Zugriff so SASE Lösung das Grundprinzip oder die eigentlich die erste Hauptfunktion um eines dieser Herausforderungen zu lösen oder zu zu umgehen was Performance Bottleneck und Sizing und so weiter betrifft ist der Funktionsumfang von einem Secure Web Gateway das heißt UL Filtering DNS Inspection SSL Inspection SSL Decryption und auch Remote Browser Isolation Bestand nächster Bestandteil von so einer SASE Lösung ist Caspi Cloud Access Security Broker für SaaS Services die immer immer mehr in Verwendung kommen muss sie auch irgendwie meine Zugriffe auf diese Cloud Services auch regulieren können kontrollieren können und entforcen können und ich muss dann auch wissen was macht der User mit meinen Unternehmensdaten hinsichtlich Data Loss Prevention also hinsichtlich Modifikation oder Exfiltrierung VPN as a Service also klassische SASE ist jetzt nicht unbedingt eine VPN Alternative sondern VPN ist ein Bestandteil von einer SASE Lösung und soweit auch der einfach der gängige Weg um jetzt nicht nur Web Traffic zu entforcen sondern wirklich den gesamten Traffic irgendwie zu entforcen den so ein Client produziert oder den Endgerät produziert Integrated SD-WAN jeder jeder unserer Hersteller im Portfolio auch im Security Bereich haben SD-WAN Lösungen die beim Prisma Access ist es so dass ein eigenes SD-WAN zur Verfügung steht als Option Prisma Access per se aber nicht reglementiert man kann jetzt eine Wahn Idee eine Wahn Topologie die man anbinden will an so eine SASE ist nicht restriktiert dass das jetzt unbedingt der Palo Alto Networks Equipment sein muss oder Palo Alto Networks Infrastruktur sein muss also das kann ein bestehendes SD-WAN sein das man dann gerne anborden kann für für all die Features eine zentrale Management Oberfläche und eine zentrale Policy also ich habe einen Punkt wo ich meine Entry Points konfiguriere meine Entry Points kontrolliere meine Entry Points monitor meine Endgeräte Verbindungen Enforce inspiziere und auch die Logs dafür dann analysiere und entsprechend dann nochmal vorwarten filtern und vorwarten kann wenn es dann irgendwo Richtung Asim oder der gleichen gehen soll die Komponenten von Prisma Access ganz klar ein zentrales Management und ein zentrales Logging da ist ein Panorama möglich das kennt man also Palo Alto Kunden die bereits Palo Alto Firewalls betreiben haben in der Regel Panorama der Strata Cloud Manager ist das Firewall Management as a Service gehostet von Palo Alto selber das man als Service beziehen kann alle Prisma Access Logs werden in Cortex Data Lake gespeichert ebenfalls ein Service gehostet von der Palo Alto Panorama und Strata Cloud Manager bieten beide Optionen auf Multitenancy das ist für manche Firmen vielleicht interessant die Service dann intern entsprechend weiter abbilden müssen oder unterteilen müssen das ist aber auch ein wichtiger Punkt für Unternehmen die zum Beispiel nach China ausbreiten dazu komme ich dann später auch noch mal kurz nach Management und Logging weil irgendwie muss ich das Ganze konfigurieren habe ich dann die beiden Use Cases eben Mobile Users die sie verbinden wollen die schützen will und Remote Networks die verbinden und schützen will Mobile Users können beide Managed Unmanaged mit Global Protect App das ist die Client VPN Software von Palo Alto konfiguriert werden und es ist auch jetzt habe ich gerade überlegt wie lang das jetzt her ist ich glaube ein bisschen über ein Jahr gibt es auch die Option ein Explicit Proxy im Prisma Access einzuschalten und seit einigen Monaten gibt es auch die Möglichkeit auf den auf Firewalls einzuschalten das heißt wenn ich da Wechselwirkung habe zwischen Prisma Access und On Premise oder ich in einem Migrationsprojekt bin wo ich von einer Proxie Infrastruktur auf eine Sasse migrieren will habe ich da auch die Option Unmanaged klar ich kann überall auf jedem Dienstleister dem kann ich Global Protect Installationsdatei zur Verfügung stellen der kann sich das installieren alternativ alternativ gibt es relativ frisch den Prisma Access Browser das ist tatsächlich ein reiner Browser und ich kann entforcen wer wo für welche Zugriffe welche Zwecke diesen Browser verwenden muss Remote Networks da habe ich jetzt nicht viel mehr dazu geschrieben aber kommt später noch von der Folie Service Connections so eine SASE Lösung ich habe vorhin mal gesagt einer der Hauptfunktionen oder einer der wichtigen Punkte ist einfach Bottlenecks umgehen zu können die durch so eine Client On-Premises Infrastruktur zum Beispiel entstehen wo ich einen Full Tunnel habe und jeden jeglichen Graphic auf mein Datacenter schicken muss habe ich das Secure Web Gateway die Security Funktionen vom Security Secure Web Gateway jetzt habe ich aber den Anwendungsfall ja auch weiterhin dass wenn ihr so einen Mobile User schützen will und der arbeiten will will er trotzdem auch auf Unternehmensressourcen zugreifen der Teil Service Connections in Prisma Access verbindet die On-Premises Datacenter mit dem IP Sec Tunnel und stellt mir quasi dann meine privaten intern gehosteten Applikationen zur Verfügung das kann für die Authentifizierung zum Beispiel von den Mobile Users sein das kann aber jegliches anderes internes Tool sein wir schauen uns kurz den Use Case Prisma Access users for users an die der Endpoint der Client der User verbindet sie mit der Global Protect App oder mit einem Explicit Proxy Setting auf einen Cloud Einstiegspunkt und dort basiert ein Security Enforcement ein Security Service Strap Prevention Urfilter Wildfire als Sandboxing Lösung kann als Alternative zum traditionellen On-Premises VPN genutzt werden oder wirklich auch so geplant werden beziehungsweise bietet Prisma Access auch die Möglichkeit dass ich bestehende On-Premises Gateways also Global Protect Gateways auf Palo Alto Next Generation Firewalls da mit rein kombiniere also ich kann dem Agent oder bei der initialen Verbindungsaufbau mitgeben eine Liste an möglichen Gateways mitgeben zu denen er sie verbinden kann Prisma Access kann als Explicit Proxy bereitgestellt werden ist hauptsächlich aus der Sicht für Migrations Szenario weil unser Ziel ist ja nach wie vor dass wir jetzt nicht nur Proxy fähigen Traffic kontrollieren sondern dass wir alles kontrollieren können wie macht der Client das jetzt mit der Liste an Gateways ich habe ich definiere eine Priorität oder ich sortiere alle meine möglichen Gateways in einer Priorität ein gebe die dem Client mit der Client wird Response Time alle alle verfügbaren Gateways der höchsten Priorität prüfen hinsichtlich Response Time und als zusätzliches Kriterium kommt noch IP to Country Mapping für die Source IP vom Endpoint hinzu warum das es kann sein dass ich mich in Österreich befinde eine Gateway in Österreich habe und eine Gateway in Deutschland habe und das deutsche Gateway vielleicht schneller antwortet als das österreichische was würde jetzt passieren ich würde mich auf das deutsche Gateway verbinden und meine Länder Settings mein Geolocation IP Content wird unter Umständen nicht funktionieren oder anders ausschauen das heißt ich kann Rücksicht darauf nehmen dass ich in Österreich bin und obwohl mir ein anderes Gateway schneller antwortet dass ich trotzdem primär auf ein österreichisches verbinde ich kann auch in späterer Folge wenn ich nicht zufrieden bin mit dem Gateway wo ich gelandet bin händisch das überschreiben und mich auf ein anderes Gateway verbinden das heißt Anwendungsfall zum Beispiel ich bin jetzt in Urlaub in den USA verbinde mich Start mit Global Protect verbindet sich automatisch auf eine Gateway in der USA Ich will Ich will aber gerne ORF Seiten anschauen also mache ein Manual Gateway Selection auf Österreich verbinde mich zum österreichischen Gateway und kann dann über eine GOIP aus Österreich die ORF Seiten anschauen was vorher nicht möglich war Prisma Access for Users Zero Trust Network Access 2.0 Ich habe das vorher schon kurz angeschnitten Im Prinzip ist es eine Erweiterung oder um fortlaufende Checks während bestehender Verbindung also es ist nicht genug dass wir einfach nur Geräte User prüfen in dem Moment wo sie verbinden wenn die permanent verbunden bleiben oder sich das User Verhalten ändert oder Bedingungen am Gerät sie verändern dann muss sie auch darauf reagieren können wenn ich als Vorgabe unter Unternehmen definiert habe dass am Gerät Endpunkt Agent laufen muss was auch immer das ist und plötzlich stelle fest dass mein lokaler AV deaktiviert worden ist dann habe ich als Resultat ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu dem Endgerät und muss darauf reagieren können und nicht erst wenn er das nächste mal verbindet und im Sinne angeführt die Security Subscription Optionen von Palo Alto Networks das heißt auch nochmal Ziel ist all meinen Traffic zu kontrollieren egal welche Application egal welcher Port mit dem was dafür die jeweilige Session dann Sinn macht Urfiltering Swap Prevention DLP Wildfire DNS und SaaS Eingebaut ist auch ADEM in dem Fall benennt Palo Alto Autonomous Digital Experience Management ich konfiguriere das am Global Protect Agent selber mit ich brauche keinen zusätzlichen Agent installieren ich kann dort Probes definieren und kann auch definieren was passiert wenn irgendwo der der dem wenn der ADEM Problem feststellt was er dann macht also das geht bis zu einem Punkt wo ich sage ich aktiviere quasi ein Self-Service das heißt es kommt ein Pop-Up mit lieber Benutzer dein WLAN Signal ist schlecht und deswegen bricht dein VPN die ganze Zeit ab geh bitte woanders hin und such dir einen stabileren WLAN Empfang Ziel von dem ganzen dem das es jetzt nicht nur für den User Bereich gibt sondern den gibt es auch für Prisma Access for Networks ist dass ich einfach den Aufwand in meinem Operations minimier wenn in dem Fall kein Ticket aufgeht wo ich troubleshooting müssen habe hat mir das sicher eine Stunde gespart erst einmal VPN und der gleichen auszuschließen der Use Case Prisma Access for Networks jedes was ich vorher schon gesagt habe jedes Endgerät jedes Netzwerk Gerät das ein Industriestandard IPsec Tunnel aufbauen kann kann man an Prisma Access undocken ich schalte dann die Default Route oder mein Internet Routing in diesen Tunnel und das Security Processing erfolgt dann am Einstiegspunkt von Prisma Access for Networks das hat einen sehr großen Anreiz für Standorte mit geringen lokalen Anforderungen und mit geringen lokalen Equipment zu guter Letzt noch ein paar Vorteile Alleinstellungsmerkmale die Prisma Access bietet im Vergleich zu vielleicht anderen Herstellern Eingangs erwähnt Gartner hat Sasi 2019 erfunden Das Thema Cloud VPN mit Security gibt es bei Palo Alto schon länger also weiß nicht wie viele sich von Ihnen schon längere Zeit mit Palo Alto beschäftigen Es gab früher schon das Produkt Global Protect Cloud Services ist natürlich jetzt mit dem heutigen Prisma Access nicht mehr wirklich vergleichbar Was da neu gekommen ist oder was sich Palo Alto überlegt hat ist hinsichtlich der Cloud Scale Architektur dass sie auf eine Multi-Cloud Architektur setzen das heißt das ganze Palo Alto Networks ist Kunde von Google und Kunde von AWS und hat dort die Möglichkeit über den Google Backbone und AWS Backbone dieses Service den ganzen Traffic Fluss über dieses Service zu steuern und ist deshalb in der Lage entsprechende Uptimes Latency im Security Processing zu bieten und kann auch an Performance SLA für SaaS Applikationen bieten das heißt ich kann da jetzt festlegen unter bestimmten Bedingungen habe ich 35 Millisekunden auf Office 365 die jetzt on top zu meiner lokalen Latenz dazu kommen würden ich habe Palo Alto hat durch die Kooperation mit Google und AWS mittlerweile über 100 Locations aus denen ich auswählen kann das heißt auch gerade für europäische Unternehmen ist was jetzt Geolocation betrifft und Geoblocking betrifft ist das eigentlich kein Problem mehr jedes mal wenn ich also Data Plane Isolation heißt jedes mal wenn ich Access Node Deploy Security Node Deploy dann wird dort Instanz Deployed die nur von mir genutzt wird es gibt kein Noise Neighbor keiner der ebenfalls meine Ressourcen verwendet das Gateway das ich Deploy gehört nur mir und auch die Ressourcen die dem Gateway zugewiesen sind integriertes Digital Experience Management habe ich Unified Solution Unified Management Unified Policy das heißt ich bin nicht darauf angewiesen einzelne Produkte ein Kaspi dort zu kaufen Firewall as a Service dort zu kaufen Cloud Firewall sondern ich kriege alles in einem Produkt und kann alles zentral aus einer Sicht aus einer Oberfläche steuern letztes Jahr um die Zeit wurden dann auch die letzten Checks gemacht und für Unternehmen die es in China ausbreiten wollen die wissen sicher dass China netzwerktechnisch bzw. internettechnisch verbindungstechnisch ins Ausland jetzt nicht unbedingt das Einfachste ist und auch was Cloud Services was den Bezug und den Betrieb von Cloud Services auch nicht einfach ist Prisma Access for Networks Prisma Access for Users ist offiziell abgesegnet und erfüllt alle gesetzlichen Regulierungen und alle gesetzlichen Anordnungen die jetzt Cloud Service in China können muss das ist offiziell ausweisbar und es gibt dann auch eigene entsprechende Architecture Guides damit man das dann auch umsetzt so wie das vorgesehen ist das wäre das Ende bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wird meine Kollegen dann kurz zum Conclusio bieten aufgrund der Wartezeit am Anfang sind wir jetzt natürlich zeitlich ein bisschen im Verzug ich hoffe aber doch dass sie sich vielleicht noch die plus minus fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen damit wir unsere Key Takeaways präsentieren können und noch die eine oder andere Frage beantworten können Key Takeaways was ist zum Thema Segmentierung für Sie wichtig der Neverending Story Segmentation was meine ich damit ich bitte Sie wenn Sie sich auf den Weg zur Segmentierung begeben das nicht als Projekt zu sehen ein Projekt im Sinne von Startpunkt X bis Startpunkt Y Segmentierung ist mehr eine Lebensweise in der IT das heißt die ständig sich ändert die IT Landschaft wir bekommen Geräte dazu andere Anforderungen etc bedarf es natürlich ständiger Anpassung Analyse das heißt Segmentierung muss gelebt werden Segmentierung ist jetzt keine Blackbox die ich kaufe implementiere und dann ist das fertig Segmentierung rein mit Firewalls ist eigentlich nur die halbe Wahrheit was ich damit sagen will ist eben genau Stichwort Interzone Control und Intrazone Control alles was innerhalb einer Zone passiert ist für eine Firewall nicht sichtbar deshalb wir brauchen über die Segmentierung mit Firewalls hinaus eine zweite Technologie Micro Segmentation mit Trasteck die das Ganze vollendet Segmentierungsprojekte unabhängig von Marco oder Micro Segmentation sind oft schon zu Beginn zum Scheitern verurteilt was will ich damit sagen man sieht sehr oft dass man aufgrund von Audits etc. getrieben wird sich dem Thema Segmentierung anzunehmen es ist aber leider Gottes der falsche Ansatz wenn dann der Netzwerk Administrator der ID Administrator Firewalls beschafft und gleich drauf los segmentiert Segmentierung ist meiner Meinung noch zu 50% technisch und 50% mindestens organisatorischer Aufwand das heißt wenn sie sich auf die Segmentierungsreise begeben muss die komplette IT dahinter stehen bis rauf zum IT Management damit man auch die eine oder andere organisatorische Hürde überwinden kann somit dass das Projekt nicht gleich zu Beginn scheitert Ja Estiwan Estiwan ist mittlerweile bei Unternehmern jeder Größenordnung etabliert was will ich damit sagen Estiwan ist in den 2010er Jahren aufgekommen und hat sich etabliert am Anfang habe ich immer gesagt ja das ist nur ein neues fancy Modewort für Policy Based Routing was es eh schon ewig gibt es ist technisch doch immer Policy Based Routing im Hintergrund tätig aber es ist mittlerweile so viel Funktionalität und Features da reingekommen das System eigentlich nicht mehr gerecht wird es sind riesen Vorteile für eben für große und auch kleine Unternehmer die vielleicht jetzt nicht viele Standorte haben aber das sollte man sich auf jeden Fall anschauen und die vielfältigen Topologien und Möglichkeiten bei der Estiwan Installation erfordern eine gute Planung man kann man kann sehr viele verschiedene Topologien bauen hat da extrem viele Möglichkeiten auch vom Regelwerk her darum sollte man sich das von vorne weg gut durchdenken was will ich machen was sind meine Ziele meine wichtigen Applikationen um da gleich vorne weg in die richtige Richtung zu starten Sasi als Servicemodell hat einfach den riesen Vorteil dass ich auf Geschehnisse in meiner Umwelt besser einwirken kann ich kann ich muss mir nicht heute entscheiden wie schaut wie schaut meine Landschaft in fünf Jahren aus und muss vorausblickend auf die auf die Landschaft in drei vier fünf Jahren dann heute schon mal 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 invest machen ich kann ich bin flexibler was den den Betrieb betrifft wenn ich irgendwas umschichten muss und ich habe keine Verluste ich schaffe mir keine blind spots und ich kann das ganze mit relativ geringen Aufwand im Sinne von von Administration verschiedener Tools und der gleichen halt zentral entsprechend steuern gut dann gehen wir weiter zu question and answers ich denke es ist vielleicht eine gute Idee aufgrund der fortgeschrittenen Zeit dass du da vielleicht pro Thema eine Frage herauspickst die wir vielleicht noch live beantworten und der doch sehr rapide sinkenden Teilnehmerzahl würde ich vorschlagen dass man die Antworten im Nachgang beantworten wir wissen wer sie gestellt hat wir können das in Ruhe im Nachgang machen für mich ein Takeaway ist dass es nicht die eine Antwort auf Kundenanforderungen gibt deswegen auch eine Aufforderung an Sie zu Hause bei Fragen bei Themen kontaktieren Sie uns wir erstellen mit euch gemeinsam die optimale Lösung für eure Kundenanforderungen und können die dann auch umsetzen in dem Sinne möchte ich mich bei euch vor allem bedanken für die Vorbereitung für die heutige Präsentation möchte für vielen helfende Hände bedanken die hinter der Kameralinse arbeiten ihr seht gar nicht wie es ausschaut es ist bemerkenswert und danke auch an alle die da hinten sind und auch danke an Sie zuhause für die Teilnahme am heutigen Webinar ich möchte den Moment noch nutzen um einen Veranstaltungshinweis zu platzieren und zwar haben wir am 28. Mai den Expert Talk zum Thema NIS 2 Update hier haben wir den Magister Arno Spiegel das ist der Leiter des NIS Büros bei uns der auch weil das gerade ein sehr sehr Hot Topic ist Rede und Antwort zum Thema NIS 2 stellen wird oder geben wird somit möchte ich verabschieden danke nochmal an alle und wünsche einen schönen Tag